Endspiel der RNSA-Klasse Bezirksmeisterschaften 2008 in Altdorf, die Legende Linkshänder, Konterspezialist und Doppelspezialist, obwohl er heute im Doppel frühzeitig ausgeschieden ist, Steffen Körner gegen Ritschi Hartmann, Tischtennis Regionalliga-Spieler beim TGV Neustadt. Der in seinen Jugendzeiten auch schon mal einen Bastian Spieger geschlagen hat. Er spricht hier von Stefan Mülslein, der durch Abwesenheit klemst. Die Erdbebenartige Erschütterungen im Bild sind 18.000, die Erdbebenartige der Bastian Schäden. Heute verdanken wir dem schwergewichtigen Manager der Diokasch Patanolis Nürnberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017